Hallo und herzlich willkommen zurück bei meinem Minecraft Adventskalender. Jetzt geht es ja schnurstracks in Richtung der 24 und heute kommt erstmal die 17. Wir suchen sie mal bei unserer großen Auswahl hier. Da oben ist sie. Und ja, das ist etwas, das kennt ihr sogar fast schon, aber nur fast, denn ja, ihr habt die ganze Zeit schon immer eine Katze gehört und ja, jetzt seht ihr auch, wo die herkommen. Wie auch das Hundehaus haben wir hier auch ein Katzenhaus gebaut. Ja, ist vom Aufbau her ziemlich ähnlich, seht ihr ja da hinten das Hundehaus und da ist auch ein Kätzchen drin. Und dieses Kätzchen ist auch der Grund dafür, warum ich hier die Mops anlassen muss. Denn Katzen gelten immer als feindlicher Mob, also von der Kreaturenbeschreibung her, wenn ich auf Friedlich stelle, dann verschwindet die. Für Hunde gilt das nicht, ist merkwürdig, aber ist so. Und ja, das kleine Katzenhäuschen. Wie auch schon beim Hundehaus, falls jemand hier eine Bauanleitung braucht, dann sagt Bescheid. Dann liefere ich gerne eine nach und auch hier grüße ich wieder den ADHD-Craft, von dem ich dieses Design übernommen habe. Ist irgendwie ganz putzig. So, das war es jetzt aber für das Türchen Nummer 17. Wir sehen uns dann wieder in der Nummer 18. Und wir sehen uns dann wieder. Vielen Dank.